Benutzen über den Multiplayer den habe ich aber noch nicht runtergeladen und das werde ich heute Nacht machen das heißt ab der nächsten Aufnahme dann wird der Multiplayer verfügbar sein und ganz ehrlich ich weiß gar nicht was so nackt habe ich den Download habe ich angehalten gell ich glaub schon bin mir grad unsicher das war schon eine Mühle jetzt hier Mühlen Mühlen ach ich muss doch ach ich muss synchronisieren damit ich muss dann beginnen kann das hast du doch sicher schon mal gemacht auf der Mühle hier sehen die alle gleich aus es gibt bei Sessions geht öfters mal Orte die gleich aussehen vor allem was die Synchronisation angeht gibt es öfters mal einfach mal so ein Ort der genau wie der andere aussieht ne ich muss da einen Ritz ja klimmen die Ritze und schon wieder hat auch kein Ende ja die Mühle ist echt ziemlich groß wer ist denn das unbemannt treffen wir uns doch in einem Park ich kam nach Kingston um ein Ziel zu finden Saufgelager haben keine Priorität wir könnten zusammenarbeiten weißt du du willst Laurens Prinz erwäschen und ich seinen Gefangener wir suchen den Waisen ebenfalls entholt leg dich nicht mit uns an ruhige der bessere Mann gewinnen Wachen patrouillieren über den gesamten Besitz sie benutzen Glocken um Ärger anzuzeigen siehst du da wir sollten sie unbrauchbar machen bevor wir fortfahren bei so vielen Männern hier hilft uns Heimlichkeit allein nicht weiter also tue ich was ich kann um sie abzulenken dann hast du eine Chance sie auszuschalten bereit du hast nicht James oder meistens nicht komm mit glaubt ihr immer noch dass es eine Frau ist hatte sich gerade mit Blut die Lippen gemacht jep das ist ein Mensch eine ganz geile aber nicht schlecht naja es geht was denn ich versuche gerade der Frau zu gehören boah springen gleich so umher Moment wir haben noch Pfeile dabei komm mal her süßer zeig mir dein dreckiges vielleicht ist er gewaschen ich hoffs nicht zu weit weg kann ich hier nimm mein Gewehr hier machen wir nicht aber das wird schon ja was man sich da nicht sieht ist echt erstaunlich ja ich bin einfach mal ach guck mal wir haben da auch noch ja ne ich glaub einer von denen wär cooler boah übelst krass ey jetzt gehts übelst los jetzt müsste der eigentlich runter fallen das wär so geil mäh mäh der da oben schläft noch oh oh na ok dann machen wir es halt so ich habe bestimmt den auftrag nicht entdeckt zu werden aber bei meinem extremen Glück ist das natürlich von vornherein unmöglich gewesen dann packen wir mal unsere harten Dinger aus du hast ja nicht mal probiert doch ich hab's probiert ich wollte ja gar nicht entdeckt werden gerade aber ich dachte die anderen haben sich ja umgeduld sooo komm schon die anderen sind noch wach was macht er oh jetzt ey dieser dumme ich will meinen Schlag haben hu nanananananan hier drauf ist er au ja der aber auch ja ist besser ne ja der war besser achso ich muss eh töten ich bin so gelöten anschein so ich finde es auch geil wirklich du sollst die Glockentürme sabotieren töst hier 5000 Menschen töten aber dich sieht natürlich niemand dabei irgendwie so man nicht keine Gegner mehr da ich kann ja auch gleich so hier rumrennen wollen wir den coolen Weg nach oben gehen ja 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 kurz korrekt wieder runter ne ne einfach einfach der das können es aber ich fühl mich so verarscht bei dem Spiel manchmal so ich habe euch das da oben noch der typ ist weißt du wir da hättest du auf die Karte gucken müssen wir nicht jetzt hör auf mehr profimäßige tipps zu geben ich mag das einfach zu kämpfen das macht so viel spaß ich finde das ist bei Session Street mit das coolste ja schwer zu übersehen es gibt doch es gibt doch echt geile moves das muss man schon mal sagen vor allem gibt es so unterschiedlich viele das macht das Kämpfen einfach viel spannender da ist doch so ganz ja dreht mitten im Kampf ne beschissene Leiche auf ey das gibt's ja gar nicht weißt was was war das stopp nicht ne ne passt geht wo wir hier hier Fasten sind mit Seuss! F***er das! We're losing ground! Komm her! Schiff sie runter! Nie wirst du auf mich hören Ich hab ihn noch runtergeschubbt! Aber... Wovor er tot war! Immer ne 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 rum! Ich will nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Hallo? Na ich nicht rum! Ah ok! Also ganz ehrlich! Assassine bin ich definitiv nicht! Ich bin wirklich so immer der Bersager unter ner Assassinen! Oh! BUM! Frau ausschossen! Hm! Naja! Opfer! Gibt es halt im Krieg! Was ich? Renn! 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 Die anderen können das nicht! Ja das ist so geil! Achso doch! Können doch! Ach Mist! Zu spät! Da ist irgendein Scharfschütze! Ich versuche... Oh! Die Karte zu nutzen und sterbt dabei fast! Ich finde es so geil wenn die... Oh! Der hatte ich aber... Das gibt's nicht! Ja! Also Scharfschützen muss ich glaube ich immer zuerst ausstehen! Ich finde das mit den Scharfschützen! Ist cool gemacht aber finde ich doof weil ich krieg das nie! Schwer zu übersehen! Ich bin so geil! Kannst du mich auch einmal nicht dissen! Geh der gar nicht ey! Ach ich hab dich doch lieb! Und du wundertst dich warum keiner mit dir spielt ne? Ich sag nichts mehr dazu! Ich sag auch nichts! Herr und guck'n der hin! Ach der guckt sich das Wasser an! Der Schuss kam doch eindeutig von oben aber ach! Ach die sind doch alle zu dämlich! Du machst jetzt aber auch Spaß ne? Dumme KI-Ausatze! Ah jetzt haben die's glaube ich... ...gemerkt! Dann guck'n mal hoch! Wir schubsen die sich gegenseitig von der Leiter runter! Das ist echt der Wahnsinn! Ja genau! Dankeschön! Nur für dich! Die sterben doch doch auch oder? Naja! Wenn das auch hier ohne Schmerz! Jetzt komm'n mal auf die Höhe drauf! Bei der Höhe und der Pro! Elegant abgeschossen! So und ganz kurz mal gucken ob der Monitore dabei hat! Bei dem E halten! Es passiert nichts! Fünf Kugeln! Reicht! Achso ich muss nur noch einen! Guck'n mal gucken wenn man stirbt! Sind natürlich die anderen Posten immer noch... Deaktualisiert! Juu! Bam! Boah geil! Das ist echt so fies wie er die fertig macht! Ich finde das mit der Faust ist aber irgendwie am brutalsten! Das geht! Das was mir den Schwert dran gemacht hat war auch nicht schlecht! Da war was das ja so liebt! Ne ich finde die Berserker feiler cooler! Wir haben gestritten und ich weiße was Ungehörige geschickt! Haha! Ist einfach so böse! Du weißt sie ist katholisch! Ja von ihr wusste ich nicht! Ob man sich wirklich so schnell im Heu verstecken kann? Kannst du gar nicht! Hallo! Zwei Berserker sollten ja reichen oder? Ja da war noch so ein dicker dazwischen! So! Er hat mich gefunden! Achso ja schon die Berserker greifen ja auch selbst da! Schade! So! Mit der Faust! Das ist manchmal so böse! Keine Ahnung! Achso das war ein Schuss! Ich kann immer noch nicht hinterher gehen! Wo ist denn der Typ der schießt doch da oben! Fertig! Problem gelöst! Einfach den letzten mit nem Berserker feiler! So! Kit! Wo bist du? Alter! Ey wirklich im letzten Moment noch einen in die Fresse! Achso das ist ja immer noch der Berserker! Er schießt doch auf dich! Ja! Gut dass man durchs... Ah da ist sie! Falsch! Einen Schritt weiter! Bitte! Ich bin angeschossen! Ich brauche Hilfe! Ach die! Ich bin eine hübsche Frau Nummer! Dann holst sie nach ihr! Sie ist verletzt! Und zwar schlimm! Ich bin hilflos! Nun gut! Und schwach! Dann nimm meinen Arm! Gott segne euch! Sag ich doch wertschwul! Wieso? Wieso? Gefällt mir? Achso! Na dann! Ja! Voll! Ich renne dir voll durch! Ey! Jetzt glaubst du nicht! Es war mir so klar was du eigentlich machen wolltest! Jaja! Das war so ein schönes erstes Ziel! Aua! Tja! Und jetzt ist der dein Ziel! Und die! Ich glaube wenn wir uns nicht mehr abwechseln! Es muss ja eindeutig schneller gehen! Die Ding! Oh Gott!